Musik Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Black Ops Cold War Video. Ja, ihr habt es eben schon gesehen, heute spielen wir mit einer Waffe, die so gut wie keinen Rückschuss hat. Es geht natürlich um die Krixix, auch allgemein eine relativ starke Waffe, ich würde nicht sagen die beste Waffe, aber auf jeden Fall eine der besten Waffen, eine der besten Sturmgewehrte, die es aktuell im Game gibt. Ich zeige euch natürlich auch wie immer das Klassen-Setup zu der Krixix, wie ihr das Ganze ohne Rückschuss hinbekommt. Bevor wir jetzt mit Gameplay starten, kommen wir erstmal zum ersten der vier Gewinnspielauflösungen und natürlich, der Reda ist in den Kommentaren angepinnt, melde dich gerne bei Instagram und bei mir, dann können wir das Ganze klären. Und natürlich gibt es heute auch wieder so ein kleines Giveaway, das gibt es natürlich auch alles im Verlauf des Videos, deswegen bleibt gerne dran. Und natürlich wie immer, wenn ihr neu auf dem Kran seid und ihr nicht in Zukunft, über Black Ops Cold War und natürlich auch Warzone und Season 1 allgemein, was jetzt alles noch kommen wird, verpassen wollt. Lasst gerne ein Abo da, würde mich freuen. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns in der anderen Runde. Let's go! Uff, Digga, diese Waffe ist so fucking präzise. Was zur Hölle mache ich gerade mit den Gegnern? Bis jetzt muss ich echt sagen, das Waffenbalancing in Black Ops Cold War gefällt mir richtig gut. Es gibt jetzt keine Waffen, die so wirklich schlecht sind, alle Waffen haben hier so ihre eigenen Vorteile. Natürlich gibt es schon ein paar Waffen, die jetzt tendenziell vielleicht ein bisschen besser sind als andere, wie zum Beispiel bei Release einfach die M16 und die AUG. Aber im Großen und Ganzen kann man die Waffen schon wirklich alle vernünftig spielen, beziehungsweise kann auch gute Runden damit erspielen, wenn man die richtigen Setups spielt. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, mit welcher Waffe ihr aktuell am Zocken seid. Was ich eigentlich sagen wollte, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Waffe ihr aktuell am Zocken seid. Ich denke mal, viele von euch werden auch aktuell durchwechseln und einfach auf Dark Matter spielen. Season 1 steht ja wirklich direkt vor der Tür und damit kommt natürlich auch die Integration in den Warzone-Modus. Das heißt, wir bekommen jetzt auch endlich die ganzen Waffen aus Black Ops Cold War in den Warzone-Modus. Dazu kommt natürlich trotzdem noch eine Menge an Content, wie zum Beispiel auch eine neue Mini-Warzone-Map und zwar Rebirth Island. Das heißt natürlich auch, wir haben jetzt die doppelte Anzahl an Waffen mit den ganzen Waffen, die wir jetzt schon standardmäßig in dem Game hatten. Und ich bin echt gespannt, welche Waffen sich da durchsetzen werden, ob da eher die Modern Warfare-Waffen dominieren werden oder ob die ganzen Cold War-Waffen dominieren werden. Und ich denke auf jeden Fall, dass eine Waffe wie die Quick 6 schon einer der besseren Waffen sein wird, da sie halt auch einfach diesen Vorteil hat, wenn man sie mit diesem Klassen-Setup spielt, dass sie einfach so gut wie keinen Rückschuss hat, was in Warzone natürlich auch sehr, sehr OP ist. Oh, da sind so viele Gegner. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. So, 15er Streak, let's go. 20er Streak wäre schon wirklich sick, wenn wir sie noch erreichen würden. No, 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 no. Die Waffe ist einfach perfekt. Die Waffe ist wirklich so, gefühlt, die perfekte Mischung einfach aus Damage, Rückschusskontrolle und trotzdem irgendwie halbwegs Mobilität. Das ist wirklich eine sehr, sehr kompakte Waffe mit diesem Setup. Muss halt einfach so gut wie gar nicht auf den Rückschuss achten. Man kann einfach theoretisch den rechten Stick gefühlt einfach komplett weglegen. Man hat einfach trotzdem fast einfach eine 100er Prezi. Scheiß Heli. Ich habe jetzt auch schon ein paar Leaks gesehen auf Charlie Entel, die quasi auch Bundles gezeigt haben, die wir dann im Verlauf der Season 1 alles in den Shop bekommen werden. Und die sahen schon relativ wild aus. Also wenn man das mit MB vergleicht, ist das halt auch einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn man das mit den ersten Bundles, die ins Game kamen, dann vergleicht. Ich denke mal, der Battle Pass Content wird dann auch eher durchschnittlich sein. Und das, was man sich dann im Shop kaufen kann, wird dann auch eher so vom Aussehen einfach ein bisschen besser aussehen. Aber ich bin echt gespannt. Und das, was ich da bis jetzt alles gesehen habe, sieht auf jeden Fall wirklich sehr, sehr nice aus. Tick er was. Drei Einfachzehner-Stricke-Moin. Ah, schon wieder 15er Streak. Aber ich muss sagen, es macht wirklich extrem Spaß, mit der Waffe zu spielen. Alleine, dass man halt auch einfach durch die Präzision einfach viel mehr Kugeln trifft und dadurch halt auch einfach die Gegner fühlt schneller umfallen. Ich glaube, die Waffe ist jetzt nicht unbedingt die stärkste Waffe. Aber dadurch, dass man natürlich tendenziell mehr Kugeln trifft, macht das natürlich auch einiges aus. Ich meine, ich sage das ja auch gefühlt so fast in jedem Video, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll. Aber deswegen ist die Spielewaffen jetzt auch irgendwie gar nicht durcheinander und spielen dann einfach Stück für Stück Waffe für Waffe. Und deswegen ist es halt auch natürlich immer die Beurteilung von der einzelnen Waffe in dem Moment gerade. Deswegen kann man direkt am Anfang von einem neuen CD auch wirklich nie sagen, was die beste Waffe ist. Weil man natürlich auch allgemein erstmal alle Waffen durchtesten muss, um dann auch erstmal alle Klassen-Setups durchzutesten. So, bevor wir jetzt weitermachen, gibt es natürlich erstmal das Klassen-Setup und wir kommen noch aufs nächste Gewinnspiel zurück. Alle Aufsätze, die ihr spielen müsst, um die Quicksicks ohne Rückschuss spielen zu können, sind das Rotpunkt-Visier, beziehungsweise ihr könnt auch einfach irgendein Rotpunkt-Visier spielen. Ich spiele das Mikro-Reflex-Visier oder meistens auch das Mil-Stop-Reflex-Visier, eigentlich so mit die besten Visiere, die man spielen kann. Bei der Mündung den letzten Aufsatz, den Agency-Mündungsfeuer-Dämpfer, der natürlich den Schalldämpfer-Effekt hat und natürlich nochmal ein bisschen für die Rückstoß-Kontrolle gut ist. Dann beim Lauf der 19,7 Zoll Ranger-Lauf mit 100% Projektilbeschleunigung, was in Cold War wirklich sehr, sehr gut ist. Ich dachte am Anfang, okay, Damage bzw. Schaden ist noch ein bisschen besser, allerdings die Projektilbeschleunigung ist in dem Game wirklich sehr, sehr OP. Dann beim Körper benutze ich den ruhigen Handlaser, beim Unterlauf den Feldagentengriff, der natürlich auch ein großes Stück dazu beiträgt, dass die Waffe so präzise ist. Dann beim Magazin habe ich das 40-Schuss-Schnelle-Magazin. Dann beim Handgriff haben wir den Dschungelgriff, das vierte, was man freischalten kann für die ZV-Ziellauer und die Zuckungsresistenz heißt quasi, dass man, wenn man angeschossen wird, nicht mehr so extrem zurückweicht und zum guten Letzt haben wir noch den Draht schafft. Testet gerne das Klassen-Setup, schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, welche Waffe ihr als nächstes sehen wollt. Der Dark Metagrind ist auf jeden Fall real. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz zum Gewinnspiel. Wie gesagt, im Dezember gibt es jeden Sonntag bis Weihnachten so ein kleines Giveaway. Diese Woche gibt es wieder eine 10er PSN oder Xbox-Guthaben. Alles, was ihr dafür machen müsst, folgt mir auf Instagram und kommentiert einfach unter dem letzten Foto. Einfach Hashtag TF. Und schon habt ihr teilgenommen, das Ganze wird natürlich auch wieder eine Woche gehen. Das heißt quasi, nächsten Sonntag wird das nächste Gewinnspiel aufgelöst und natürlich auch das nächste Gewinnspiel dann auch wieder released. Und ja, ich würde sagen, wir zocken noch ein bisschen weiter. Let's go! Und jetzt geht's. So, das wäre es auf jeden Fall von dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ihr haltet gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und aktiviert natürlich auch die Glocke, um keine Videos in Zukunft zu verpassen, würde mich freuen und wie gesagt, nehmt auch gerne im Gewinnspiel teil, Season 1 steht auch jetzt wirklich kurz vor der Tür, der Grind wird auf jeden Fall nochmal richtig real und Leute, das wäre es von mir und ein Ciao, bis zum nächsten Mal, Peace! Bis zum nächsten Mal.